UNTERTITELUNG Worum geht's eigentlich dabei? Ein Sonderkommando. Wir haben genug lose Enden. Das werde ich ändern. Keine Mittel für Draufgänger. Genießen Sie den Tee. Zakajev will Barkovs Thron. Hätte ihn fast in Pripyat begraben. Mit McMillan. Damals der Vater. Heute der Sohn, Viktor. Nette Familie. Sind große Fans von Hadir. Tja, das würde erklären, warum er noch lebt. Sie wollen ihn rausholen. Dann geben Sie mir, was ich brauche. Und Ihr Team? Sergeant Garrick. Kyle? Sie nennen ihn Gaz. Hat er nie erwähnt. John McTavish. SAS. Scharfschützer. Sprengung. Nennt sich Soap. Wieso? Das ist geheim. Da ist er. Simon Riley. Da ist kein Bild. Nie. Und der Rest. Bleibt geheim. Außer wir haben einen Dir. Wie heißt dieses Kommando? 141 141 141 142 152 168 169 159 157 155